Schlafmütze! Schlafmütze! Hallo, Nana! Schlafmütze! Hallo, Nana! Du sollst da bleiben. Abrein jetzt. Mir reicht es jetzt. Rein! Rein! Ach so, Frau, du hast einen Regenbogen. Ich bin wieder gut. Das erste Rottwein ist wieder lang. Da hat er wahrscheinlich gar nicht mitgerechnet. Das ist so schnell. Ich auch nicht. Was wollen wir? trzeba gehen. Da sind sie doch etiquette.